Ah, genau, genau. Dies ist eine Live-Übertragung mittels des von mir erfundenen digitalen Zwei-Wege-Video-Heads, den mein Assistent Morelli hier trägt. Begrüße die Leute, Morelli. Hallo! Sie? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich über die Gelegenheit freue, Ihnen meine neueste Erfindung, den Time Rider, vorführen zu können. Damit habe ich selbst eine Zeitreise unternommen. Um dieses Meisterstück zu vollbringen, habe ich eine neue Energiequelle entwickelt, den Molekularfusionsgenerat. Mit dieser Energie kann meine Zeitmaschine die Ketten von Zeit und Raum sprengen. Sie werden die Ersten sein, die meine neue Zeitmaschine erleben können. Dann werden die wundervollen Möglichkeiten meiner Erfindung klauen. Also, zum Einsteigen müssen Sie jetzt erst weiter in meine Anlage hereinkommen. Die Energie, die erforderlich ist, um uns durch die Zeit zu katapultieren, ist nahezu unvorstellbar groß. Und ich kann diese unberechenbaren Materialien nur ganz tief hier unten unter Kontrolle halten. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich werde die ganze Operation von meiner Kommandokapsel aus steuern. Und Morelli hier wird eine andere Kapsel steuern. Ich kann Ihnen allen versichern, dass wir sicher zurückkehren werden. Treibstoffaufnahme. 50 Prozent. Bogen. Beginnen. Alles ist bereit. Morelli, aktiviere den Geheingang zum Boarding-Bereich. Hmm.